Der Golffleger schaut aus, wir haben halt nur, dass man einen größeren Stuhl hat und da sind halt solche Holzsachen, da muss man durchschlagen. Da gibt es manchmal 20 Stationen oder 7. Da war so ein Schmetterling und da ist ein Glas Loch und da muss man einig drauf. Da geht man. Deswegen heißt es schon ein Wandergolf. Salzburger Saarlachtal. Da ist auch einfach viel.